Musik Man soll anderer Leute achten und niemandes Wesen schmähen Jeder halte sich an seine Weise Mache sich aber auch mit den Vorzügen der anderen vertraut Deswegen braucht er seinen Weg und seine Weise nicht zu wechseln Denn Wechsel der Weise ergibt ein unstetes Wesen und seine Weise und seine Weise und seine Weise